Und damit herzlich willkommen zurück zu Battle 4 3 Multiplayer mit Gunmaster auf Das ist Call of Duty, das ist Call of Duty, das ist Call of Duty Steven ist immer noch bei mir im Team und da ist auch schon das erste Opfer für uns Basti und Martin auch bei dir drüben Team Schadko und so Nee, nee, einfach nee Schon wieder du, ey, du ist der Hammer, ey Wieso nur, ey Leuch ich mir einfach raus Leuch ich mir einfach raus, ey Schön, ich geh gleich raus Hardcore-Druck Ist so geil, Alter, kommst mir genau entgegen, geht ja das gleiche wie immer, das ist der Hammer Du bist aber auch echt'n Drall, ey, das ist der Hammer Ist aber auch Kannst auch keine sagen, ey, wir sprechen das hier ja gleich Du warst aber nicht mehr voll, oder? 3 Oh, ich war voll Ah, ich stand direkt vor dir halt Alter, ich find keine, äh, das gibt's nicht Du warst voll, ne Ja Echt, warst du Das kann ich mir nicht vorstellen, diese Konversation hinter dir ist, bisschen komisch Boah, Mann ey, scheiß Pistil Boah, Mann ey, scheiß Pistil Boah, Mann ey, scheiß Pistil Ja, Jens, stell dir vor, ihr erst mal was mit so'n Pistil Boah, wie viele sind denn da, ey Nicht unbedingt, das kann, man kann auch mit der JNG starten Äh, man kann auch, ich, ach Gott Bist du, das letzte ist immer ein Albtraum, ey Finde ich mir nicht echt Was denn, da hast du, da hast du als drittletzte Zeit die Pistil runter Ey, ich, ich Hab's jetzt aber auch nicht so viel Leben gehabt, ne Ne, ne, ich hatte, ich hatte wirklich nicht mehr viel Also im Prinzip kannst du dich nicht gebrusten, äh, nicht brusten dafür für den Kill, weil da hat ein anderer richtig viel Vorarbeit geleistet Was, wenn ich dich kille, dann wär ich mir darauf erst mal ein Keulen Ich hab weiß nicht, das ist das zweite Mal getötet Jens Oh, da kämpft er da Wie dreckig ist das denn Das geht Ja, ich weiß nicht, wer das ist Ey, Jens, ich hab auch nicht von dir gesprochen Alter, nein Verpiss dich doch einfach, Alter Nein, Mann, du tötest mich nicht nochmal Du stinkst aus dem Mund nach Maggi Hammergeil, Mann Ne, da würd ich mir Sorgen machen, eigentlich Ach, lacker da Wer ist hier so weit vorne, Steven? Ne, diesmal nicht Wurde ich sagen, nur so zum Rekord Ich war eben her Da, Mann Nein Alter Alter, ich find keinen, ey, wo sind die denn? Du tötest mich nicht mehr, der nächste, der dich tötet, bin wieder ich Wo seid ihr denn? Da Ist da, wo du nicht bist Halt die Fresse Einen schönen Tag wünsch ich euch, halt die Fresse Hä, wo kämpft ihr, ach da kämpft jemand Kann man jemand, das ist ein Skinny, achso, der ist sogar bei den Gegnern Oh, er hat mich getötet Hä, er hat dich getötet? Nein Nein Ne Das ist Laverschuhe Ich rede doch gar nicht mit dir Halt die Fresse Halt die Fresse Ey Ich hab keinen mit deinen Fappen, ey Junge, Mann, geh doch mal Guck mal, der kann was, das ist so der Einzige, wo es so richtig ab Da geht einfach jeder ab, ey, wenn er verkackt, ey Es ist... Ja, Mann, nicht verkacken ist einfach das Erfolge der Zeit, ey Nee Auf jeden Fall, hat sich bewährt Ach komm, geh doch drauf, bitte Mann, wieso Ich komm nicht von der Magnum Ja sicher Da komm ich von hinten Na hab ich nochmal meine Lieblingswaffe, das ist gut Steven Wie nahe läufst du uns schon ran Ach, Mann, komm Jens, Alter, das muss doch nicht Ich hab jetzt irgendwie so alles, ich hätte nur noch Steven Ja, also Marc, bist du doch bei mir im Team Ja, guck doch mal, einfach auf die... drück doch mal Tab, Mann, Alter Ja, da bist du nicht zu sehen Wieso... ja, ich bin da auch nicht drauf Oh, das ist schlecht Oh, Mann, wieso treff ich den denn? Oh, jetzt hab ich immer den Kögel geklaut Basti? Oh, Mann Aber welcher war frassen, Marcel? Hm, P90 Also ich bin grad auf die Spaß hochgegangen und dann wieder P90 runter War jetzt nicht so verlustreich Ja, ja, ja Oh, armes Jens Es gab vier Gegner gespawnt, vier Gegner Und ich töte keinen einzigen Ja, schlecht, Marc Bist du schlecht Boah, Marcel hat... Alter, scheiße Der war alles vor mir Ja, was hab ich Jens? Ich hätt' gar nicht alle angemessert Du hättest wenig gemessert? Achso... Nein, irgendeinen Wozu messerst du denn alle? Hat Spaß macht Aha, kannst du nix, oder was? Ja? Nein! Ach, komm Luke-Turm-Gang Du bist immer auch drauf gegangen, Alter Ich weiß, ich hab zwei Kills, ich hab zwei Finanzen runter Hilfe bei Kill98 Komm, Alter Jetzt... Jetzt gibts aber wirklich dann auch... Wirklich mal aufs Maul dann, irgendwann Irgendwann ist auch mal dein Schluss Das ist voll in die scheiße Richtung Gegner sind hinter mir Oh, meine Güte Jens, du musst dann nachladen, ja? Ah, schön, ich hab grad nicht so ganz gescheit, dass dein Gegner war Du hast mich drauf getötet Ja? Ja, also hast du ja doch irgendwas geschaltet Ahhhh Ja, bist du drauf gegangen, ja? Plus zu spät Ja, ja Weil ich nachladen musste Ja, weil, weil... Alter, wer hat sich denn in die Ecke fackt, ja? Schießt mir einer von links an Dann geh ich nach links Schießt mir einer von der Seite an Oh, meine Güte Ey, warum stirbt der nicht, wenn ich mit der Shotgun voll in den Spielen reinschieße? Muss mich auch treffen Ja, ich hab... Ja, ich hab... Ja, ne, aber mit der Shotgun hatte ich ja an Ich hab letztens auch schon meine Probleme mit den, mit den, äh... Mit der Hitbox Oh ja, der Netcode, der tolle Der wunderbare Netcode Also, wie kann man... Wir machen Shooter, weißt du? Aber die Leute kannst du nicht nicht treffen Wir machen Shooter mit kleinen Side-Hit-Section Enough said Boah, mach schon wieder, ey! Oh, meine Güte! Ehrlich? Dieser Axi, der spricht irgendeine Sprache, die ich nicht verstehe Ja klar, mit der Spass soweit schießen Ich hoffe, wenn der Cut passt jetzt nicht mehr runter, ey Schau, Hilfe-Kill 97, ja klar Klar Freunde Oh mein Gott, ey Tja, hier ist schlecht, ne? Tja, hier ist schlecht, ne? Pass ab, ich messer dich noch mal Ah, ja Jens, das stört mich im Volk Ja, das Deck gerade, kann es sein Ja, es hat gekle... Alter Oh mein Gott 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 Jetzt habe ich gerade meine Hass-Waffe Boah, jetzt habe ich die schlimmste Waffe im Spiel, finde ich Ey, ist das? Die JNG Ja Was denn? Mark, hast du nicht gesagt, du bist die ganze Zeit auf der Mark genommen? Alter, Junge, das war vor 10 Minuten, denkst du ich bin da immer noch? Ja Ja, natürlich Ich bin jetzt endlich von den Pistos runter, jetzt geht's ab Du musst bloß Leute finden Ja, ich hab schon gesehen Ja, ah Das ist die, damit hol ich mir meistens die Camper Aha, was die Affe Ja, ich hatte die scheiß, ich hatte die scheiß Sniper, weißt du? Tö Das ist nicht so einfach Jens... Stirb doch, stirb doch einfach Ah, Junge, lern mal, learn to play this one Nein, Alter, mein Gott, ey Warum müsst ihr mir die scheiß Kill stealen wieder? Ja Ah, von hinten hin Äh, da ist schon jemand beim Ende Ja, 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 ich, ich bin auch knapp davor Ich bin mir ganz auf dem Garnasswerfer, jetzt hat der, jetzt wird's schwer für mich Ja, ich drücke ich Escape, ey, dann ist Schluss Kurz vorm Exitus Ah, Jens, ich dachte, du wolltest snipen Was ist das? Das gibt's doch nicht Ahh, ne... Man, no... Ja, ich war problema Ne, ich wollte erstmal die Waffen loswerden So, jetzt bin ich bei der Sniper Lol, ey Alter, was sind das für Nubbs, ey, wie kann man sich doch eine Granate killen lassen Ja Ist mir noch nie passiert So, jetzt wird... jetzt wird ich geneift Ich oder Adrian, andere von uns beiden Ja, dann kommt, dann könnt ihr euch gleich... Ah häng, ey Hallo vom Steven Ja, checkt doch einmal eure... 선� candidates Wollte ich schon sagen Unsere Hintern. Nein, ich werd nicht. Nein, da kommt erst mal was her von hinten. Wieso hab ich nur einen Schuss gebraucht? Tötet ihn! Tötet... Wie heißt er nochmal? Steven! Ah... Steven! Genau der. Sind zwei auf dem Messer. Basti, nein! Nein! Knife Steven! Nein, du Hurensohn! Du bist doch ein Hurensohn, Alter! Oh ne Scheiße! Ich hoffe, du verreckst in der Hölle, du Hure! Richtiger Luck! Oh, da ist einer! Da sind zwei! Ich steh direkt hinter ihn! Oh mein Gott! Steven, meiner. Meiner, Jens. Wer denn? Wen hat er geneift? Jens, du bist so ein Wichser, ey! Wurde Jens geneift? Ich hatte Basti runtergestuft. Du warst auch beim Messer gewesen, oder? Ja, Basti war auch beim Messer. Rage Quiz. Halleluja! Ja, wir sind noch gerade in der Aufnahme, so. Ja! Es war zu viel Adrenalin für heute. Ja, ja. Ach, ja, politisches... Ne, gut, jetzt kommt ja das Rematch, ne? Ich laufe nur noch mit Messer rum und Jens kriegt dann aber auch nur wirklich Premium. Die Premium Klinge kriegt er. Wenn wir ja sehen. Ja, jetzt muss ich mich auch konzentrieren. Ja, das geht ja gar nicht. Konzentration! Konzentration! Ja! 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 Du inkompetenter Mr. Puma! So heiß ich doch gar nicht. Ist mir doch egal. Ich glaube, so lange geht der Name noch nicht mal. Learn to read, Alter! Alter, ich geb dir die Namen, die mir gefallen sind. Learn to read, Alter, hab ich gesagt. Nee, ich geb dir die Namen, die mir gefallen, hab ich gesagt. Ach, Basti! Naja. Ich hab Basti gesehen, Mann. Ich hatte den Abzug auf seinem Kopf. Jemand hat mir einen Klick. Warum bist du überhaupt schon wieder im Gegner-Team? Was warst du doch noch im Team? Von hinten? Oh Mann, Alter! Jetzt wird Mark in einem Team? Ich bin irgendwo, Mann. Äh, irgendwo. Ja, wir haben die Runde gewonnen. Wir sind irgendwie so... Marcel ist bei uns, ja. Wer ist gegen uns? Basti und... ...Mark. Ja, wunderschön. Oh Mann. Ich hab gern schon gewonnen, wir haben 7. Toll, Jens. Ganz toll. Ich komm schon wieder nicht von den Pistolen weg. Sie ist einfach mal in die Richtung Bomb. Ja, ich hatte auch nur noch 2% oder so. Boah, Alter, du triffst aber immer nur mich. Das ist der Hammer. Alter, ohne Witz, ey. Ich hasse die noch mal, ne? Ich hasse die noch mal, ne? Ich hasse es, wenn ich keinen Gegner sehe, ne? Alter! Ja. 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 Ja, ja. Ist gut, Jumann. Ist gut. Geh dich waschen, ey. Das kann ich ja so hart demonstrieren. Wie viele Level 100 sind hier? Alter! Ich sag jetzt, ich sag jetzt auch noch, dann töte ich mich. Ja, das ist Schicksal, Junge. Ist immer so. Oh Mann, komm mir jetzt! Alter, du küsst mich mal! Wirklich, ich brauch doch nur noch diesen einen Kill, weißt du? Und du... Du stinkst so... Hast du ihn geneigt, oder was? Das sind Gegner, oder was? Oh, jetzt nicht mehr. Wieso? Soll ich ihn neifen? Was... Was bei dir? Nein, auf Jens dich geneift. Nein, ich hab ihn mit dem Magnum getötet. Ah. Und ich spawne vor jemandem mit der 93, ja. Das war nicht so nett. Jens, bist du eigentlich bei mir im Team, oder bei den Gegnern? Bei dir. Oh, Jens, Alter, komm, geh stinken, ey! Boah, Alter, du gehst mir so auf den Sammel, ey. Da schießt man wirklich die ganze Zeit. Ach, ich hab schon wieder was? Du tippst nicht mehr wegen irgendwelchen Schriften, ey. Du Arschgesicht, einfach nur. Was kann ich dafür, Mann? Halt die Fresse. Glaubst du, ich suche dich die ganze Zeit, oder was? Weißt was? Leck mich einfach. Ja, das krieg ich jetzt auch gleich vom Bastel, oder? Ja, du sowieso, du bist der größte Ruhe in Sonne. W-Wieso springt er auf mich drauf und kalt mich, ey? Och, Manno, hätte ich schon fast wieder getötet. Spielverderber vor mir. Ja, duler... Alter, Spottgang ist so kacke. Uahhh. Jens! Noch einmal! Äh, und... Ähm... Alter! Ja. Ganz einfach. Was ist noch einmal? Achso, ich stehe snipen. Okay. So. Gibt's hier nicht. Alter, gibt's hier nicht. Alter. Achso. Jens! Das war's für mich. Alles gut. Nee, kannst nicht begraben gehen einfach. Was ist denn das? Ich hab nichts gemacht. Ja, ich weiß. Das war's Problem. Jens, warum hast du denn nichts getan? Oh, jetzt werde ich schon beim Rückwärtsgehen gekillt. Es geht doch rückwärts. Ja, äh... Perspektivwechsel. Perspektivwechsel? Meinst du, aus anderen Sicht sieht das Ganze besser aus? Ja. Immer, ne? Ach... Ach komm, leck mich doch! Und was wie? Vielleicht bin ich kackt, Mann! Ich hab null Prozent Leben! Wenn ich jetzt nicht sterbe... Loll, wie viel... Wie viele da kam? Loll, ich hab immer noch 4 Prozent. Loll. Loll. Warte mal kurz. War jemand da schon am Ende? Ne. Ne. Ne, warum hast du ja noch nicht so ziemlich verhalten? Wir brauchst ja... Die sind halt einfach nur scheiße. Achja, und unsere Mütter anschaffen gehen. Ach, Basti! Das braucht der nicht mehr. Alter, Basti, was hast du denn da gerade gemacht? Tja. War gar nicht schlecht. Du flippst dich in der Luft da rum, das sah immer geil aus, ey. Ach, Schrotflinte von hinten. Alter, geh mir aus dem Weg! Geh aus dem Weg, Mann! Oh, nee, Alter! Ach, komm! Ich krieg das... Das ist hier ein Kackhafer nicht weg. Oh, Mann, ey. Oh, Mann. Ich spawn auch die ganze Zeit an genau der gleichen Stelle, ey. Ich komm hier auch nicht weg hier. Ich komm hier nicht weg. Ich komm hier nicht weg. Halt, der ist doch kein Hurensohn, Mann. Kann der nicht. Ein Hurensohn, Mann, ey. Ja, der neif. Der neif bitteschön hier. Ich? Jens. Der ist doch arm zu neifen. Ne? Sagen wir die ganze Zeit. Gar nichts. Aber du mit deinen verkackten Kopfhörern, ey. Immerhin hat er welche in dem Sitz der Adrien, ne? Alter, ja. Boah, wie ich die Elsa-Tasse, ne? Oh Gott, ey. Koch des Idiotentums, ey. Marco hat's ab, Marco. Ja, ja, kriegst du auch's Mord. Ach, da statt... Oh Gott. Du brauchst doch gar nicht versuchen, von hinten zu kommen, oder so. Kannst du gleich wieder abschminken. Alter, ab. 28, wer hat denn da, 28? Alter, da sind ja Gegner, alter. Alter, da sind Gegner, scheiße. Alter, fuck man, ey, ich liebe ja viel 3, ey. Ja, schön, dass ihr mir so zuhört. Ich sagte gerade so, alter, da sind Gegner gespandert. Alter, da sind Gegner, oh, oh, schon, wir tauschen. Checkt ihr einfach mal auf. Oh, schon, Gegner, Junge, oh Gott, alter, scheiße. Oh, schon, Dönerbude, ey. Wo siehst du denn, du Dönerbude, du versuchst. Alter, geh mal kacken, ey. Ja, ich weiß schon. Ja, komm, mit der Spaß, ey, wir laufen jetzt noch mit der Spaß rum, ey. Du? Naja, komm. Ja. Sind doch nur die Oberloser, ey. Kunden vom Dienst. Kunden vom Dienst? Ja. Kunden. Ach, Kunden. Auch, jetzt schon das letzte Level, ey. Auch genannt Jens. Best, letzter, letzter Level. Da bin. Mega, wenn das letzte Level. Du bist jetzt auf dem vorletzten. Boah. Oh, meine Güte. Ja. Steven schießt gleich wieder eine Granate und dann ist er durch. Alter, ich wurde geneift von dem anderen Typen. Was heißt, im Arsch, oder was? Ja. Jetzt krieg ich natürlich ein Double-Camp mit dieser Scheiß-Waffe. Oh, Jens, ey. Was denn? Ja, Steven, ey. Ich wollte dich auch grad schneiden. Jetzt sind es schon zwei Leute bei der Dings. Ja, denn, äh, nicht die Meister von Weg. Alter, wer da oben auch immer ist, jetzt kriegt er richtig auf die Fresse. Immer wenn ich bastle, gebe ich nicht. Jens, wenn du das bist, ich schon. Ah, das warst du nicht. Warst du gerade in der Küche? Küche? Du warst in der Küche drauf. Alter, wer war das jetzt? Hä? Ich nicht. Du warst, du warst einer der fünf Besten. Zweiter. Der andere hat dir was gewonnen. Das war scheiße. Ich hab doch irgendeinen gemessert gerade. Ach, nee, das war heute nix, ey. Ich würde mal sagen, das war's auch jetzt. Ja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Und, äh, danke fürs Zuschauen und bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss.